Weiter geht es mit Draw Stickman Epic. Ähm, ja. Wir gehen mal ins nächste Level. Das sieht so komisch robotermäßig aus. Keine Ahnung. Oh, da brennt was. Oh, jetzt hab ich den Schlüssel. Ähm, was ist das da? Es winkt. Es ist einfach nur irgendwas, was winkt. Schlüssel zu zeichnen ist in so einem Fall blöd. Ich mach das nächste Mal nur einen Stab rein. So Dietrich-mäßig. Du bist bestimmt böser. Hier, ich hab, ich hab, ha. Ich hab einen Schlüssel. Ha, 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 ha. Ey, jetzt dräng mich doch nicht noch weiter zurück. Oh Gott, oh Gott. Angst. Ey, das verfolgt mich, oder? Ih, das verfolgt mich wirklich. Geht doch weg. Oh, das ist ausg- Oh, da ist noch. Warum hab ich denn nur einen Schlüssel? Hier sind lauter komische Monster. Algen. Hier komm ich gar nicht erst vorbei. Nein, hier komm ich erst gar nicht vorbei. Ey, komm, töte den. Nee, nee. Nee, das ist ja noch einer. Komm, mach auf. Kann ich das nehmen? Nein, kann ich natürlich nicht nehmen. Ah, ah, ah. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Ich will es nehmen. Oh Gott, jetzt sind hier alle. Geht doch weg. Jetzt ernsthaft. Wie fies ist das denn hier? Das kann ich auch nicht mal nehmen, ne? Nee. Nee. Wie ernsthaft, wie bescheuert ist das denn? Nee, nee, nee. Ähm. Gehst du bitte wieder weg? Hallo? Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich hier nicht attackiert werden kann. Hm. Komisch, komisch, komisch. Nee, hier komm ich ja einfach auch nicht vorbei. Nee, hier komm ich wirklich nicht vorbei. Aber wenigstens tun die mir nichts. Wenigstens schon mal etwas. Kann ich die vielleicht gegeneinander? Vielleicht hilft das ja. Und, 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 und. Yay. Los. Tötet euch gegenseitig. Oh, Tatsache, das geht. Ey, das geht wirklich. Oh, scheiß, da kommt noch einer. Was soll das? Komm. Perfekt. Kämpft. Habe ich mir wenigstens ein bisschen Ruhe. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Der greift mich ja so ein bisschen an. Toll. Minimal verarscht fühle ich mich. Minimal. Aber wenigstens weiß ich schon mal. Dass ich die so ein bisschen voneinander ablenken kann. Da ist der andere. Komm mal her. Und hier komme ich immer noch nicht vorbei, ne? Nee. Aber wenigstens tun die mir nichts. tun mir dann auch nichts mehr. Da ist der andere. Bleib mir einfach mal hier stehen. Hm, ich weiß noch nicht so genau, was mir das jetzt alles bringen soll. Weil hier, das ist, finde ich, halt sehr auffällig. Ähm. Ah, vielleicht kann ich ihn ja hierher locken. Dass er das so ein bisschen angreift. Komm her. Nein, komm noch ein bisschen. Waaah. Scheiße. Genau das, wie es wahrscheinlich funktionieren sollte. Und was passiert? Ich verbrenne. Ich habe halt nicht mitgekriegt, dass er es angezündet hat. Das Spiel heißt jetzt Draw, Epic, Schlüssel. Und wenn das kein schöner Schlüssel ist, dann weiß ich auch nicht. So, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Guck mal da. Da ist ein Spielgefährte für dich. Ja, ihr werdet euch sicher gut verstehen. Ach, nee, doch nicht. Hahaha, kommt es nicht an. Der andere Blaue? Wo ist er? Keine Ahnung. Der will nicht. Zur Abwechslung mal. Komm mal her. Komm her, Freundchen. Der soll mal ein bisschen schneller machen. Der ist ganz schön lahmarschig, muss ich sagen. Habe ich diesmal wenigstens den Countdown gestellt? Ja, habe ich. Ja, es brennt schon. Okay. Was man mit einem Schlüssel alles machen kann. Was ist das für einer? Jetzt ernsthaft. Ach so, da ist auch noch mein Schlüsselloch. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, warum? Wie sollte ich denn auch gesehen haben? Jetzt bin ich gespannt, wo ich da jetzt langkomme. Die kämpfen wenigstens immer noch. Ernsthaft, jetzt kommt er nicht dran vorbei. Oder weil er wieder aufgedings werden muss. Ich glaube eher das. Oh Gott. Kann ich direkt noch meinen Schlüssel machen. Vielleicht kommt der blaue auch nur genau, wenn ich hier lang laufe. Warte, komm erst mal hierher. Zu meinem Schlüssel. Die gefällt bestimmt mein Schlüssel. Deswegen sind die hinter mir her, weil ich einen Schlüssel in der Hand halte. Abgelenkt. Abgelenkt. Bestimmt gibt es noch hier irgendwo einen roten. Ah, da ist ein Farbklumpen. What the fuck? Ey, ernsthaft. Was soll das? Warum sind hier Truhen? So viele. Ist jetzt in jeder Truhe hier. Okay. Okay. Muss ich was sprengen? Oh, da ist noch einer. Scheiße. Und ich habe den blauen nach oben gelockt. Ach Gott. Auwa. Gibt es hier noch einen blauen? Ah. Oh nö. Warum renne ich denn hier nur überall herum? Nein. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Los, brennt das doch nieder hier. Scheiße. Warum habt ihr mich nicht angebrüllt? Könnte ich jetzt hier weg? Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Ich hätte einfach abhauen sollen. Aber nein. Ich gucke mich ja noch um. Und dies und das und jenes. Guck mal hier. Oh Gott. Ich werde sowas von sterben. Oh, ein Schatz. Oh Gott. Aber was bringt mir das? Was bringt mir der Schatz? Ernsthaft? Passiert da wenigstens noch irgendwas? Nee. Natürlich nicht. Boah. Bleibt er nicht an allem hängen? Wo ist denn eigentlich der rote Drache hin? Ernsthaft? Wo ist der hin? Kommt ihr? Ich fühle mich so ein bisschen einsam. Ohne euch. So, jetzt brennt das. Das hatte ich eigentlich vor und auch vor gehabt. Nur, ähm... Wollten die mich da nicht mehr angreifen. Oh Gott, ich hau jetzt hier ab. Trollgrotte. Da oben war doch noch was. Ah, von dort aus gibt's auch noch was. Okay. Nee, dann will ich doch noch mal erstmal dort rein. Ich hab sogar automatisch den richtigen Weg genommen. Ist gut zu wissen. So weiß ich wenigstens auch, was ich hier so alles machen muss. Deswegen, denke ich mal, sehen wir uns einfach mal gleich wieder. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich hab den blauen, wie ihr seht, diesmal nicht dort oben gelassen, sondern will den jetzt hier mit dem hier verkuppeln. Und mach das hier mal auf. Was hab ich denn... Okay. Warte mal, ich muss mal hier noch ein paar Schlüssel... Ja, ich hab doch schon geklickt. Ah, ich muss ihn jetzt so lenken. Nein. In die andere Richtung, bitte. Ist blöd, dass die ihn dreimal halten. Ich muss sie dauernd nachmachen. Genau. Nein! Scheiße. Ach, toll. Nochmal. Und nochmal. Jetzt kann ich den nochmal machen. Ach, schön. So. Nochmal. Aber da war ja hier dieses. Oh, scheiße. Verkehrt gemacht. Verdammt aber auch. Und jetzt weiter. Jetzt brennt es und geht zum Dynamit. Gut. Dann müsstest du gleich Bumm machen. Oder irgendwas macht Bumm. Ach, da unten lang. Okay. Achso, das sind nur die restlichen. Ah, hier ist eine Truhe. Ah, hier ist mein Puzzleteil. Ah. Okay. Ich muss aber jetzt trotzdem das Level neu machen. Weil. Ich finde das halt auch hier ein bisschen komisch. Ah, aua. Ähm. Ne, weil hier komme ich jetzt nämlich nicht mehr zurück. Über das. Sonst hätte ich das dann auch noch freigeschaltet. Ähm. Ich versuche mal die anderen hierher zu locken. Vielleicht geht das hier. Ach ne, verkehrt der Weg. Aber das Tor kann ich doch bestimmt auch aufmachen, oder? Ah, ich sehe es ja gleich. Hallo. Da. Ich warte auf euch. Oh, da sind die zu blöd dafür. Wow, aua. Gar keinen Schaden genommen. Wow, cool. Ne, das wird so nichts. Okay. Dann will ich einfach mal sagen, äh, mache ich das Level neu start. Ich habe ja den Stift, äh, das Puzzleteil. Und will jetzt einfach nur noch runtergehen, um, ähm, das Level aufzumachen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Roboter macht gerade die Tentakel-mäßigen weg. So, dass ich jetzt hier das eine Level noch freischalten kann. Tal der Vulkane. Okay. Ach, das ist gut. Das habe ich jetzt freigeschaltet. Gut, 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 gut. Dann werde ich nämlich, ähm, beim nächsten Mal erst noch hier reingehen, damit ich das Level freischalten kann. Ach, das ist bestimmt durch den Wasserfall. Bestimmt, denke ich mal. Und dann, ähm, mache ich die Level weiter frei. Und dann geht's an die Puzzleteile, an die Farbklumpen und so weiter und so fort. Gut, gucke ich mir aber jetzt erst noch eine neue Seite. Schnell stellte ich fest, dass meine Zeichnungen lebendig wurden. Ich zeichnete Reichtum und Ruhm. Für mich aber war es nie genug. Stimmt, ich könnte meine Krone malen. Nein, mache ich nicht, intro neu, erneut abspielen. Puzzleteile haben wir bis jetzt. Drei Stück. Okay. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai. Bis dann, tschüss, 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 tschüss.